Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Civilization 5. Wir spielen wieder mit dem Babylonian. Wir probieren genau dasselbe Setup nochmal wie beim letzten Mal, wo es eher nicht so gut geklappt hat. Ich war einfach wieder zu greedy. Es passiert mir jedes Mal. Es wird mir wahrscheinlich auch wieder dieses Mal passieren. Auf jeden Fall, ja, es ist dasselbe Setup. Das Einzige, was ich geändert habe, ist, ich habe ein UI-Add-on installiert, das es hoffentlich ein bisschen einfacher macht, hier die ganzen Sachen und so zu finden. Wir haben eine relativ gute Starting Location, würde ich sagen. Das Einzige Problemchen ist, dass wir uns entscheiden müssen zwischen einem Berg und einem Zugang zum Hafen. Aber ich denke, ich werde mich für den Berg entscheiden und werde hier siedeln. Und natürlich werden wir hier auf Citizen Management. Das ist wieder ein bisschen laut. Ich werde das mal kurz in Option ein bisschen runterdrehen. Generell einfach mal alles. So. Sonst muss ich schreien. Schreien. Und das will ich nicht und ihr wahrscheinlich auch nicht. So. Citizen Management. Das hier locken wir mal. Das sind drei. Das sind drei Food direkt am Anfang. Research, natürlich wieder Writing zuerst. Das Elfenbein ist ja noch im Einzugsgebiet von unserer Stadt. Genauso wie die Trüffel. Das heißt, oh, das sind noch mehr Trüffel. Wir gucken uns mal da unten um. Und beim letzten Mal hatten wir ja eher eine relativ kleine Insel. Und ich habe die Hoffnung, dass wir vielleicht diesmal ein bisschen mehr Platz haben. Wir haben hier auf jeden Fall Ruinen und haben Annable Husbandry direkt gekriegt. Da haben wir auf Bruce the Scout. Okay. Stellen wir das mal ein. Ja, nice. Dann können wir früh, wir sehen jetzt, wo die Pferde sind. Haben wir Pferde in der Gegend? Wir haben keine Pferde. Wir spielen aber auch keine Rolle. Wir brauchen keine Pferde. Pferde sind... Er braucht schon Pferde. Ich denke... Muss ich gerade mal kurz gucken. Eins, zwei, drei. Das Elfenbein ist hier drin. Ich denke, wir werden dann hier irgendwie noch eine Stadt gerönt. Ich gucke mal kurz. Wir müssen jetzt mal gucken, was da unten noch weiter ist. Ah, schon wieder Österreich. Schon wieder Österreich. Declaration of Friendship. Warum wird das rot angezeigt? Achso, da... Das Ding ist im Weg. Ich will ihn aber nicht durchlassen. Er ist trotzdem durchgekommen. Mist. Na gut, dann gucken wir da unten. Ich möchte eigentlich nicht, dass er hier jetzt eine Stadt baut. Das wäre super, super doof. Wobei, wir haben hier keine zusätzliche Luxusressourcen. Ich meine, wir haben die Trüffel, die haben wir schon. Ich weiß nicht, ob es sich da überhaupt lohnt, eine Stadt zu bauen. Müssen wir mal gucken. Das ist nicht die interessanteste Location. Ah, vielleicht hier unten. Vielleicht ist da noch was. Vielleicht sind da auch die Österreicher. Weil die werden auf unserer Insel sein. Ja, da sind sie. Wenn ich die jetzt vorwärts zettle, das provoziere ich natürlich da einen Krieg. So, Scout ist ready. Dann machen wir das Monument. Und, keine Ahnung, warum die verdammten Tooltips da immer kommen. Wien. Die sind ja auch schon fleißig ihr Zeug am Ausbauen. Wir gehen mal auf die Seite. Da ist noch eine Ruine. Da wäre noch Marmor. Das Problem ist, dass wir hier nicht unbedingt eine Stadt gründen können. Eins, zwei, drei. Das Marmhausen nicht innerhalb von unserem Grenzgebiet. Population Growth. Nice. Wir gucken mal kurz. Citizen Management müssen wir ein bisschen machen. Ich denke, das sind momentan die besten Teile, die wir haben. Bis in zehn Runden die Stadtgrenze hoch geht. Herzlichen Glückwunsch, dass du Kakatoa gefunden hast. Gib dir zusätzlich Happiness in deinem Reich. Und fünf Sains, wenn wir das wirken. Okay, das. Da müssten wir eins, zwei, drei. Wenn wir hier direkt auf dem Marmorfeld siedeln würden, dann würden wir das kriegen. Aber dann ist das Marmor wahrscheinlich weg. Das war eigentlich auch nicht. Das ist auch scheiße. Nein, vom Difficulty Level 1, vom Discover Natural Runders. Okay, das hat uns nur ein Happiness gegeben. In Anführungsstrichen. Ich meine, besser als nichts, ne? Da ist die zweite Stadt. Also, wir wären hier unten. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Ah, der Marmor ist leider nicht mehr in unserem Einzugsgebiet. Wenn ich gewusst hätte, dass hier Marmor wäre, dann hätte ich wahrscheinlich hier gesiedelt. Und nicht am Fluss. Ich meine, Fluss ist auch super, aber ne? Salzburg. Okay, die sind hier, wir sollten die ein bisschen blocken. Gleich, dass die nicht dann irgendwie in Siedlern bauen und uns hier diese Stelle wegnehmen. Das heißt, ich werde da hinten wahrscheinlich eine Einheit positionieren. Und wir gucken mal, ob wir vielleicht hier noch irgendwie was finden können. Vielleicht geht es hier noch weiter. Wäre durch Ars möglich. Nicht Ars zu schließen. Vier Pferde. Wozu haben wir vier Pferde? Ich sehe hier null Nader-Pferde. Übersehe ich was? Was ist das hier? Natural Wonders. Oder sind das einfach... Ach, das sind die Pferde hier. Die sind bei Österreich. Okay. Alles klar. Kannst du da rüber gehen? Dankeschön. Ich denke, wir werden die hier erstmal fortifien. Dass hier nicht durchgebrochen wird. Ein Gold pro Turn für die Embassy. Warum nicht? Ein Gold pro Turn. Early Game haben oder nicht? Das sind richtig viele Fische. Ich meine, ja, wir könnten hier einfach siedeln. Dann haben wir Bananen, viermal Fisch. Das Elfenbein gehört dann halt nicht Babylon. Aber das ist im Prinzip eigentlich egal. Eins, zwei, zwei, drei, vier, vier. Ich denke, das müsste gehen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob man vier oder fünf entfernt sein muss, um zu siedeln. Wie gesagt, ich habe das Spiel jetzt schon, abgesehen von dem Run, den wir kürzlich gemacht haben, länger nicht gespielt. Hier sollte ich vielleicht noch hervorschnen, ob da noch irgendwie was ist. Wir wollen aber auch hier das Krakatur-Ding haben. Es wird diesmal ein bisschen länger dauern, bis wir unseren ersten Siedler haben, weil wir keine Kultur erhalten haben durch eine der Ruinen. Dafür haben wir eine Gratis-Ding zu erhalten, aber... Es ist immer noch so laut. Warum ist das immer noch so laut? Ich habe das doch runtergedreht. Machen wir mal alles auf hier 30. So. Jetzt ist es fast ein bisschen leise. Machen wir es mal so. So. Quick Save. Quick Save. Okay. Wir haben das Monument gebaut. Also sieben Runden bis Riding. Wir haben keinen... Wir haben keinen Stadtstaat gesehen. Hier auf unserer Insel. Und das bedeutet, dass wir keinen Worker klauen können. Das heißt, ich werde wahrscheinlich jetzt erstmal sieben Runden einen Worker bauen, weil wir müssen unsere Sachen ausbauen. Ist nicht so ein guter Stadt wie beim letzten Mal. Aber hey, man kann nicht immer gewinnen. Wir haben auch beim letzten Mal nicht gewonnen, aber... Was brauchen wir für die Luxus-Ressourcen? Ich glaube, Trüffel war Camping? Trapping? Ich glaube, es ist für beides Trapping. So, wie gesagt. Wir machen halb den Worker fertig. Und... Okay, da haben wir nochmal einen Fisch. Eins, zwei, drei. Der wäre sogar im Einzugsgebiet. Aber wir müssen echt mal gucken, was das hier für eine Insel ist. Vielleicht können wir hier drüben dann direkt eine dritte Stadt bauen. Ich würde eventuell sogar diese Location aufgeben. Eigentlich zwar nur ungern. Weil wir brauchen auf dieser Insel einen Hafenstart. Das ist ganz wichtig. Wir lassen den mal hier. Beziehungsweise, ich könnte ihn auf alle jetzt setzen für den Moment. Und unsere erste Policy ist, wir gehen natürlich wieder auf Liberti. Das ist ja ganz klar. Die Oasenfelder. Ich denke... Hier können wir eine Akademie... Oh, jetzt bin ich ans Mikro gekommen. Ich denke, hier können wir eine Akademie dann bauen. Jetzt gleich, wenn wir Writing erforscht haben. Bewelem. Großer Scientist. Du gehst mal hier hin. Als nächstes brauchen wir... Optics. Dringend. So, hier werden wir oben ändern in die Library. Die müssen wir zuerst bauen. Das ist momentan ein Ticken wichtiger. Weil wir haben genügend Food eigentlich. Warum ist das hier diesen Menschen wieder eingepackt? Sehr schön. Panthorn wurde gegründet. Große Person wurde gebaut. So, was haben wir hier? Nein, das wollen wir nicht. Plus 8,1. Nice. Hervorragend. Das locken wir direkt. Jetzt dauert Sailing auch nicht mehr so lange. Wie gesagt, wir müssen möglichst schnell das hier haben. Das wir embarken können. Dass wir gucken können, damit wir unsere Städte jetzt ein bisschen planen können. Ja, lasst uns zusammenarbeiten. Das ist eine gute Sache, Österreich. Dann, ich meine, wir werden hier ein bisschen vorwärts zetteln. Aber wir sind nicht zu nah an hier dran. Denke ich. Dass das ein großartiges Problem darstellen wird. Total Gold. 36 von Technologie. 4 Technologien. 9 Technologien. 5 voraus. 5 Technologien vor sind zu uns. Moment mal, was? Nein. Library zuerst. Warum? 23 Runden? Wir müssen das ein bisschen speeden. 16 Runden sind okay. Eine Runde, bis die Start wächst. So. Jetzt haben wir das Feld auch wieder. Wobei, eventuell wäre es besser gewesen. Eventuell wäre es besser gewesen. Ich meine, es dauert nur 4 Runden, den Worker fertig zu bauen. Da können wir zumindest schon mal, wir haben, ähm, wir haben ja bereits Enable Husbandry erforscht. Äh, das heißt, wir können auch die Schafe schon mal upgraden. Das bringt uns ein bisschen was. So. Äh, wir brauchen auf jeden Fall irgendwie eine Hafenstadt auf dieser Insel, weil wir ansonsten keine Schiffe bauen können. Das ist ein bisschen doof. In der Regel habe ich, äh, baue ich die Schiffe gerne in der Hauptstadt. Äh, ist uns aber nicht vergönnt. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich hier mit begnügen müssen. Ich sehe, ihr bewundert meinen neuen Dach. Nein. Soll keiner sagen, ich sei eine Ungerecht. Die geben dir bestimmt nicht einfach so Gold. Kannst du knicken. Äh, Babylon wächst und gedeiht. Das ist schon mal schön. So, da ist unser Worker. Ähm. Das Weed braucht, glaube ich, Plantation. Yep. Ich glaube, das ist, äh, ne, ist das nicht hier. Können wir das so oder so upgraden? Ich bin mir nicht mehr sicher. Wir gucken mal. Wäre natürlich hervorragend, wenn wir das Ding direkt, äh, upgraden können. Ja, das können wir tatsächlich upgraden. Nice. Gute Sache. Das Weizenfeld. Die mit dem meisten Gold. Das sind wir auf vierten, vierten Rang. Nicht schlecht. Und eine neue Policy. Ähm. Ja, mehr Produktion. Wichtig. Den, den, äh, Worker haben wir jetzt selber gebaut. Wir brauchen mehr Produktion, damit das hier ein bisschen schneller geht. Ich will auch wieder das Oracle bauen. Das ist sehr wichtig. Äh, weil das Oracle gibt uns drei Kultur. Und das ist vor allen Dingen im Late Game. Das Problem ist, ähm, ich vermute, dass wir die Ersten sein werden, die eine Ideologie adopten. Und, ähm, danach werden die Gegner irgendeinen anderen Scheiß, irgendeine andere Ideologie adopten. Und dann kriegen wir jede Menge negative Pressure, wenn wir nicht genügend, äh, Kultur haben. Und was dazu führen würde, dass ich dann irgendwie die, äh, die Ideologie aufgeben müsste. Oder so ein Mist. Das wollen wir natürlich nicht. Das ist eher etwas ungünstig. So, ich denke mal nach Optics, gehen wir auf Trapping. Und das war, ähm, Trapping, der, der, dem, Camp, Ivory, genau. Trüffel, Bisons. Das ist, äh, da brauchen wir Trapping für. Die große Bibliothek wurde gebaut. Wir haben nicht mal die kleine fertig. Gut, wir haben zwischendurch auch noch einen Worker gebaut. Muss man zu unserer Verteidigung, äh, festhalten. Ach, Maria Theresa war das. Ah. Ist das eine Hafenstadt hier, Vienna? Wissen wir nicht. Wenn wir mit Lanz, äh, Truppen anzugreifen, das, äh, werden wir auf jeden Fall nicht tun. Aber wir können sie so ein bisschen einbuchten hier. Ich glaube, die kommt hier nicht raus. Wenn wir hier eine Stadt bauen, auf dem Hügel, die dann eine ordentliche Stadtmauer drauf, äh, hinsetzen. So. Optics ist durch. Das heißt, du kannst hier rüber gehen. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir erstmal kurz einen Stopp für Trapping. Und, äh, danach geht's auf Philosophie. Wie viel hast du? Du hast Elf-Technologien. Wir sind bei sechs. Ah. Immer noch fünf. Hat sich nicht vergrößert, der Unterschied zumindest. Äh, wie sieht's hier aus? Das Problem ist, wir können auch keine Workboats bauen momentan. Ist ein bisschen ungünstig, aber... Tempel of Artemis wurde gebaut. Äh, nicht verwunderlich. Nicht verwunderlich. Stonehenge wurde auch gebaut. Ist auch nicht verwunderlich. Ich mein, das sind fünf Sions hier, ne? Das ist schon... Ist das... Die einzige Möglichkeit, das Ding zu kriegen, ist, hier auf Marmot zu siedeln, oder? Äh, die Border sind gehaven, geroat. Ich muss mal kurz gucken. Ähm. Ja, das sind die Felder, die wir eigentlich beackern wollen für den Moment. Eins, zwei, drei, vier. Wir müssen auf Marmot bauen. Okay, das wurde gebaut. Hervorragend. Äh, das haben wir gelockt. Das ist auch hervorragend. Äh, das hier beackern wir schon. Das ist auch super. Zwei Runden bis Bibliothek. Ich will den, äh, Mount Dingens eigentlich haben. Können wir da an Land gehen. Vielleicht gibt es andere Optionen. Nächstes in der klassischen Ära. Da sind wir bereits schon. Das ist hervorragend. So, dann fängst du hier mal damit an. Okay, das ist der Nordpol. So, wie es aussieht. Ähm, wir brauchen eine... Granary auf jeden Fall. Die Frage ist, haben wir erstmal einen Schrein rein? Wie viele Runden, ne? Das dauert noch ein bisschen, bis wir da irgendwie großartig weitermachen können. Ähm. Ich denke, wir machen erstmal einen Schrein und dann, äh... Die Granary. Aber der Schrein dauert nicht so lange. Der Schrein dauert nicht so lange. Wenn die Stadt gewachst ist normal, können wir vielleicht auch einen Siedler noch dazwischen schieben. Also, wie es aussieht. Eins, zwei, drei... Ich würde das Ding eigentlich schon ganz gerne haben. Die Frage ist, lohnt es sich einfach nur dafür, ich... Hier auf dem Marble-Feld, äh, eine Stadt zu gründen. Aber wir haben nicht wirklich viele Luxus-Ressourcen hier. Ich glaube, wir werden Populationsprobleme kriegen, wenn wir das tun. Aber das Ding nicht mitzunehmen, ist auch scheiße. Und hier sind so viele Fische... Ähm... Trapping ist erforscht. Genau, wir sind bei Kalender. Sehr nice. Auch gleich durch. Okay. Es sind einige, die ein bisschen hinterher hinken hier. Mit dabei. Drei Runden bis Schrein. Und, äh, auch, ähm, wie in der letzten... Im letzten Spiel werde ich das so handhaben, dass ich keine An- und Abmoderation mache. Ähm, zwischen den Episoden. Einfach damit ihr Bescheid wisst. Um den Flow innerhalb der Playlist nicht zu unterbrechen. Äh, wir müssen Wassermühlen irgendwann haben. Wo sind die Wassermühlen nochmal? In Gardens. Äh, bitte, bitte. Grüß, große Mauer. Wo zur verdammten Hölle sind die Wassermühlen? Hier. Okay, dann... Ich denke, nach Philosophie werden wir das Rad erforschen. Äh, damit wir eine Wassermühle bauen können hier. Weil es gibt, äh, es gibt einiges. Ich glaube, das... Also, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Äh, plus zwei Food, äh, bedöne. 66% Capture Chance. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Produktion ein Hammer. Quierster Wheel, äh, Terrain River. Ich dachte, es gibt irgendwas, um, ähm, die River Tiles, äh, zu verbessern. Ich dachte, das wäre die Wassermühle. Aber vielleicht, äh, habe ich das irgendwie falsch im Kopf. Das kann durchaus sein. Venedig. Äh, das ist gut. Von denen ist, äh, wahrscheinlich militärisch gesehen keine Gefahr auszugehen. Äh, allerdings will ich nicht, dass die hier landen. Also, Kornspeicher, neun Runden. Das passt eigentlich hier relativ gut. Schrein haben wir gebaut. Vielleicht können wir noch irgendwie was machen. Ist ein bisschen spät. Was ist das hier? Das ist eine Barbarengaleone. Oh, da ist Land in Sicht. Ja, Kornspeicher auf jeden Fall wichtig. So, wir gehen in Land. Ah, ein Startstart. Samarkand. Keine Allies. Merkantiler Startstart. Gibt uns Happiness. Ich hätte schon... Auch ganz gerne den Worker, wenn ich ehrlich sein muss. Ich denke, wir werden uns den Worker klauen. So, Start ist gewachsen. Gucken wir uns nochmal an, wie das verteilt wurde. Die Fische. Ich denke, das ist in Ordnung so. Warum wird das Teil als nächstes? Verstehe ich nicht ganz. Aber egal. Ist nicht so wichtig. Der große Leuchtturm wurde gebaut. Das ist natürlich auch schade. Warum? Buckern wir das Feld da eigentlich. Für den Moment. Momentan ist das okay so. Ähm. Der Worker ist weg. Warten wir kurz, bis er wieder da ist. Adopt Policy. Okay, da ist unser Siedler. Gib her. So. Äh. Ich denke, die Stadt hier ist gratis. Das Ding, äh. Das sollte uns eigentlich keiner wegnehmen können. Bin ich der Meinung. Deswegen werden wir erstmal hier bauen. Suchen Investoren. Wir sind im Minus mit dem Gold. Wir müssen dann anfangen, irgendwelche Trade Routes aufzubauen. Werden wir dann natürlich machen. Jetzt wächst die Stadt sowieso relativ lange nicht. Äh. Genau. Meine. Das können wir hier noch nicht machen. Dann gehen wir hier rüber. Du bleibst jetzt mal da. Äh. Werden dann hier anfangen, das, äh. Elfmeiner, das, die Trüffel aufzusetzen. So, hier bauen wir die Stadt. Denke ich. Wie gesagt, äh. Werden wir sowieso nicht wachsen. Äh. Können wir das hier eigentlich auch, ähm. Hier so machen für den Moment. Gleich wie die Happiness auch auf Unterirdisch gehen. Von dem her ist es okay. So, dann gründen wir hier eine Stadt. Ich denke, das ist, äh, eine gute Position für eine Stadt. Akkad. Äh. Du baust als erstes, äh, die Library, würde ich sagen. Ah, der ist immer noch da. So, äh, dann du kommst hier rauf. Das ist, äh, der Heini. Der wird sich in... Oh, Russland. Haben wir entdeckt. Ich bin gespannt, ob wir jetzt, äh, Probleme kriegen. Wir sollten wahrscheinlich, äh, sicherheitshalber anfangen, ein bisschen was Militärisches aufzubauen. Kommst, kommt der verdammte Werke hier wieder raus? Kommt er nicht. Mist. So, gleich ist der Kornspeicher fertig. Warum bleibt er da? Das gibt's doch nicht. Ähm. So, das wurde geupgradet. Äh, was machen wir als nächstes? Wie lange dauert die Forschung? Drei Runden. Ich denke, wir werden mal einen Siedler anbauen. Für drei Runden. Da wir sowieso nicht wachsen. Danach, äh, müssen wir dann das wieder ändern. Auf eine andere, auf die... Auf das Orakel. Weil das will ich auf jeden Fall haben. Oder ich will's zumindest probieren. Und in der Regel kriegt man das auch. Äh. Äh, ich weiß nicht, ob er uns gefunden hat. Ich meine, wir können das ja mal akzeptieren. Äh, wo ist er? Da hinten ist er. Wow, der ist aber weit weg. Der ist, äh, ist weit gesegelt. Okay, äh, wir wollten das Wilam. Und dann nach Draman Poetry Theology. Äh, dann ändern wir das. Auf das Orakel. 33 Runden. Können wir das irgendwie ein bisschen hoch speeden? Äh, was sind die Teils mit, äh... Momentan... Wachsen wir sowieso nicht. Okay, nee, sonst... Äh... Ach, das wurde wieder... Wird umgeändert. Ja, das Ding, äh... Lassen wir das mal. Nenen, lieber... ENDE 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 ENDE